Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge, heute am Montag, dem 29. Juli 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 661 und ich habe die folgenden Themen bereit. Milliardendeal, iTunes, LinkedIn, NBC Universal und Symphonisk. Ich beginne mit einem Milliardendeal. Ende der letzten Woche hat Apple bekannt gegeben, Intels Mobilfunksektor zu übernehmen, sprich dem Modem-Sektor für den Mobilfunkbereich im Bereich von Autos und Computermodem etc., also IoT-Modem etc., werden sie weiterhin weiterarbeiten. Allein die Geschichte für Smartphones haben sie an Apple abgetreten. Das für knapp eine Milliarde US-Dollar ist, wenn man bedenkt, fast schon ein Schnäppchen. Hat doch Intel, wann war das vor, 8, 9, 11 Jahren, das ganze Geschäft von Infineon, und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, glaube ich war es Infineon, übernommen für 1,4 Milliarden. Also somit günstiger, als es Intel damals abübernommen hat. Wer unter Windows unterwegs ist und iTunes respektive iCloud auf dem Windows-Rechner nutzt, sollte ein Update installieren für beides in der Version 12.9.6, denn darin sind, oder eben in der älteren Version besser gesagt, es sind Sicherheitslücken 20 an der Zahl insgesamt, ja, auffindig, oder drin, drin, genau, superdeutsch wieder, und diese werden eben mit besagtem Update behoben. Anfang der letzten Woche hat Apple das Ganze auch auf der macOS und iOS und watchOS-Seite gefixt, sprich die ganzen Löcher sind nun auf all den Plattformen, auf denen iTunes und eben iCloud verfügbar ist, gefixt. LinkedIn wurde vor circa drei Jahren übernommen von Microsoft, wie die Zeit doch vergeht. Damals hat Microsoft angekündigt, sie wollen das Netzwerk so belassen, wie es ist, sie sollen weiterhin unabhängig an dem Ganzen weiterarbeiten, etc. Was aber so ziemlich sicher war, ist, dass irgendwann mal das Ganze von den eigenen Servers, Strukturen, welche LinkedIn aufgebaut hat, eventuell eben zu Microsoft wechselt. Und soweit ist es jetzt, LinkedIn wechselt in die Azure Cloud von Microsoft und wird darin weiter ausgebaut. Wenn man bedenkt, wie das ganze Netzwerk gewachsen ist in den letzten Jahren, sicherlich kein verkehrter Weg. Vor zehn Jahren gab es mal 50 Millionen Nutzer, fünf Jahre später, also vor fünf Jahren, waren es dann 300 Millionen, und heute sind es 645 Millionen Nutzer, die monatlich auf LinkedIn rumgurken und Geschichten tun, machen, Links klicken und so weiter. Ja, wo geht's weiter? Das fragt sich der geliebte Serien- und Filmeschauer sicherlich, denn ab nächsten Jahres, und wir hatten es schon mehrfach hier im Geek Talk Daily, aber auch sonst im Geek Talk, kommt ein noch weiterer Video-Streaming-Dienst ins Internet. NBC Universal wird im April 2020 seinen Dienst starten, und das neben Netflix, Apple TV+, HBO Max, Disney+, und den anderen auch noch antreten lassen. Na dann, ich freue mich schon auf 2020. Irgendwie werde ich da wohl wieder die nicht ganz so schönen Wege des Internets nutzen. Ziemlich unschön, wenn man überall immer noch mehr bezahlen soll, um den Content zu sehen. Ich will wieder einen Streaming-Dienst für alles. Aber ja, zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Link-Tipp zum einen zu einem kleinen Unboxing-Test-Bericht, oder besser gesagt, einen Unboxing-Bericht, aber auch zu einem Video dazu. Ende letzter Woche, genauer gesagt, Donnerstag, wurden mir von Ikea die beiden Symphonisk-Boxen zugeschickt. Das sind die Boxen, die sie in Zusammenarbeit mit Sonos-Öpferern auf den Markt bringen im August. Und ja, was soll ich sagen, die Teile sind zu gut. Wir haben uns gleich noch am gleichen Tag, bei uns in der lokalen Filiale, gibt es die nämlich schon zu kaufen. Zusätzlichen Dritten dazu gekauft und unser System ausgebaut. Und die ersten Erfahrungen, sowie eben Unboxing, Video und ein bisschen Konfiguration und eine kurze Meinung, habe ich euch verlinkt in den Show Notes oder auf daily.geektalk.ch zu der aktuellen Folge 661. Ja, das war's mit den heutigen Themen. Euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die neue Woche. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.